Tenor Richard, drei Spiele haben dir gefeuillt, heute zurückgekommen, gerade das Gamewin in ein Goal geschossen. Die sind da, wenn es eben wichtig ist, wenn euch die Mannschaft braucht. Ja, ich glaube, das ganze Team hat reagiert. Ich meine, drei Mal nach dem ersten Drittel sind wir sicher zufrieden gewesen. Ich glaube, wir sind richtig rausgekommen, wie wir es wollten, haben von Anfang an Druck gemacht, viel geschossen und heute endlich wieder mal ein paar Jungs vor dem Goal gehabt. Ich glaube, die ganze Woche im Training haben wir ein bisschen auf das den Fokus gelegt, dass wir wirklich mehr Jungs vor dem Goal stehen müssen und ja, gute Sachen sind da passiert wegen dem. Jetzt kommt das richtige Spiel noch am Schluss, der Hei gegen Biel. Warum gewinnt Genf das Spiel am Samenstieg gegen Biel? Wir haben ja genau gleich gespielt wie heute.